Willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. So. Gut. Und jetzt kümmern wir uns um... Um. 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 Um bekam das Objekt. Analyse Ergebnis los. Objekt mit aktuellem Einzug in Kompatibel. ich könnte schwören auf jeden Fall ist hier noch was nämlich ein Energy Tank gut das werde ich schnell noch von meiner Liste abhaken das haben wir auch zack jetzt gehen wir zurück was passiert hier noch was ist los oh Gott was ist los wäre auch mal schön wenn du mich rauslässt ha 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 erledigt oh oh mein Gott so 1.000 ok Schreiheit gut gut was ist was ist doch das hier was ist hier ist irgendwas oh ha 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 sehr witzig gut dann ja ja Das ist ein Wettbewerb. das daher das hat man so nicht mal So, jetzt sind wir hier. Okay. So, Speed. Wie komme ich so schnell auf Speed? Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, weiter hoch. Ist auf jeden Fall noch was. So, jetzt werden wir noch eine Kette und andere Beside Snakes. Wow, das ist doch. Das ist gut. auf die zwei dinger brauche ich mich das bringt mir auch nichts ok wo wir jetzt sagen nach oben so jetzt können wir auch hier durch und hier rein da 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 jetzt bin ich wieder ok da 1 2 3 vier müssen wir sind zu spät es war das für ein komisches Zeichen und wo sind wir jetzt wo sind wir komisch und nur und 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 das finden wir hier die screw attack die screw attack wo haben wir sie überhaupt hier ding dong so finde ich gut auf und ihr wisst gar nicht was für eine Wohltate dieser hat und ich mache euch kaputt ich mache euch alle kaputt so und auch dieser wo sind wir jetzt genau da sind wir zack zack aha gut ja jetzt die noch speichern Ich finde das gut. So mit Speed. Und... Ach... Okay... Ach man... So... Oh oh... Oh oh... Hm... Mensch... Alter... So... Komisch, hier weiß ich doch schon... So... Gehen wir mal hier lenken... Ach... Wieso schieße ich überhaupt noch? Pff... Ich meine... Hm... Okay... Auswählen... Wo? So war meine Luft noch nicht... Ach man... Ich hab zwar nicht gegen den Globerwads, aber... Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Mhm... Aha... Epic Fail... Hier ist nämlich noch was... Nämlich... Ich hab das... Ich hab das... Ja... Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Auch... Irgendwie... Man... Ich bin zu warm... Ich hab das... Ich hab das... Ja... So... Super Missiles... Ich hab das... or... Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Wenn es einem... Nein! 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 nicht Nein! Nein, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn. Nein. Nein. Geschafft. So, nochmal Raketen. Ja, da ich ja so sehr Raketen brauche. Okay, gut, sei es wie es wolle. Okay, das kann ich noch schnell wegstrichen. Dann war mal genau hier. Gut. So, wo können wir noch hin? Da, 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 aha. So, oh nein. Ach komm schon. Alle du Mestos oder was? Da, 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 da. Da, da, hopp. So. Okay. Okay. Okay, im nächsten Part suchen wir dann weiter nach versteckten Items und ähnlichem. Und wir werden auch in der Story weiter vorschreiben. Also, bis zum nächsten mal Freunde. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.